Toinu versucht nochmal ganz verzögert über die Mitte zu kommen. Und Lega wird da einfach reinlaufen. Ja, kann ja nichts machen, aber er kann zumindest ansagen, maximal zwei gerade auf dem Spot. Das sollte das Tempo von Big dann doch etwas erhöhen. Next geht dann trotzdem nochmal raus. Maniac hat einen gemacht, den muss Next dann auch holen und da geht Existence durch. Toinu ist inzwischen am Spot angekommen. Die Bombe liegt auch für ihn, aber noch eine Smoke bei Big ist übrig. Die Bombe wird defused, Toinu mit dem Kill. Und der geht jetzt natürlich hin, Keith drückt durch und der hat kein Kit. Der hat kein Kit, da kommt nochmal eine Flash. Und er geht mit dem Messer hin und es reicht nicht, Keith macht es. Er wird zwar gemessert, aber die Runde geht an Big. Was ist das hier denn bitte für ein Game?